Das ist Herr Müller. Herr Müller interessiert sich neuerdings für Aktien und hat von guten Renditechancen gehört. Er ist Smartphone-Liebhaber und überzeugt von steigenden Verkaufszahlen im nächsten Quartal. Deshalb entscheidet er sich dazu, Aktien der Smartphone AG in sein Portfolio zu kaufen. Das Portfolio ist sein persönlicher Bestand an Wertpapieren. Einige Wochen später erfährt Herr Müller, dass die Aktie der Smartphone AG um 8% gefallen ist. Herr Müller ist enttäuscht. Da ihn die Abhängigkeit von nur einem Unternehmen besorgt, möchte er sich dazu beraten lassen. Bei der Beratung erfährt Herr Müller von den Grundideen der Portfolio-Theorie. Einfach gesagt ist ihr Ziel, eine bestmögliche Kombination von Anlagemöglichkeiten zu finden. Zunächst ist es dabei wichtig, dass es beim Investieren nicht nur auf die Rendite, sondern auch auf das Risiko, also die Wertschwankung der Anlagen ankommt. Der Begründer der Portfolio-Theorie, Harry Markowitz, zeigte, dass die Schwankung einer Aktie durch die Hinzunahme weiterer Anlagen abgeschwächt werden kann. Besitzt Herr Müller zum Beispiel eine Aktie, die um 8% fällt und eine weitere Aktie, die um 10% steigt, wird dadurch die Schwankung seines Portfolios abgeschwächt. Je mehr verschiedene Aktien Herr Müller hält, desto weniger machen die spezifischen Probleme einzelner Unternehmen oder Branchen für ihn aus. Die Risikoreduktion im Portfolio durch die Streuung des Kapitals auf verschiedene Unternehmen und Branchen wird Diversifikationseffekt genannt. Man muss jedoch im Hinterkopf behalten, dass es auch Risiken gibt, die die Aktienkurse von Unternehmen weltweit betreffen und die nicht durch Streuung umgangen werden können. Herr Müller entscheidet sich also dazu, mehrere Aktien zu kaufen, um sein Risiko zu reduzieren. Wie stark sich das Risiko reduzieren lässt, hängt davon ab, wie sich die Aktienwerte verschiedener Unternehmen im Vergleich entwickeln. In einem heißen, trockenen Sommer wird sich die Aktie eines Eisverkäufers eher positiv entwickeln, während die Aktien der Regenschirmindustrie unter diesen Bedingungen tendenziell sinken werden. Im Beispiel reagieren die Aktienbanditen verschiedener Unternehmen also nicht absolut gleich auf externe Gegebenheiten wie das Wetter. Nach diesem Kriterium können Aktien miteinander kombiniert werden, um das Risiko im Portfolio insgesamt zu senken. Sogar wenn sich zwei Aktienkurse tendenziell in dieselbe Richtung bewegen, findet bereits Risikominderung im Portfolio statt. Allerdings weniger, als wenn sich die Aktienkurse tendenziell gegenläufig entwickeln. Festzuhalten ist, dass jedes weitere Wertpapier im Portfolio einen Beitrag zur Risikominderung leistet. Herrn Müller ist nun klar geworden, dass sich Aktienkurse verschiedener Unternehmen nicht gleich verhalten und dass das Gesamtrisiko durch die Kombination vieler Aktien sinkt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!